Was ist wichtig? Ja, dass wir mit viel Mut dahin fahren. Viel Mut und an unsere Stärken glauben und die versuchen einzusetzen. Ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, über Bayern München, über die einzelnen Spieler, über die Qualität der Mannschaft jetzt nochmal alles zu erörtern. Das kennt ihr genauso gut wie ich. Sie können alle Facetten des Fußballs spielen, sind in jeder Position stark. Und das gilt es bestmöglichst zu verteidigen, aber trotzdem seine eigenen Chancen zu suchen. Dass die Frage nicht sein muss, ist das blöd für euch oder ein Nachteil, dass ihr das erste Spiel da spielen müsst. Sondern die Frage muss aus unserer Sicht sein, Mist für Bayern München, dass die gegen uns spielen müssen. Dass wir so uns vorbereiten müssen. Das haben wir jetzt getan, fünf Wochen lang. Nach bestem Wissen und Gewissen haben wir uns optimal vorbereitet, haben die erste Hürde Karlsruhe letzte Woche genommen. Jetzt kommt natürlich ein ganz anderer Brocken. Aber ich denke, dass wir in der Verfassung sind, dass wir da mutig auftreten können. Aber ich denke, dass wir in der Verfassung sind, 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 dass wir in der Verfassung sind.